Hallo Leute, willkommen zu dem heutigen Video. Heute werde ich in dem Leben von mir sein. Also ich zöge ganz normal irgendein Video. Oh, 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 oh. Kommt einfach mit mich rausgeschmissen. Hier. Du sollst dich etwas nützlich machen. Und jetzt bin ich hier ganz alleine draußen. Die will nicht mehr, dass ich schlafe und jetzt muss ich einen Job machen. Ich werde als allererstes, meine Oma hat mir noch 452 Dollar gegeben, damit ich irgendetwas damit anfangen kann. Aber jetzt muss ich eine Genuine-Fahrung machen. Ja Leute, das war alles in den Ohren. Natürlich ist es nicht meine. So, wenn es nicht in meinem Leben wäre, dann hätte ich hier gar nicht mehr mehr gespielt. Okay, 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 okay. Das ist Teal Street heißt Robby's Life. Ein sehr lustiges und tolles Spielen. Nur das einzige Problem ist das. Manchmal. Ja. Manchmal. So, ja. So. Ladet euch auf Robby's Life. Und. Findet es in den Play Station Store oder irgendwo in den Robby's Life. sein und dann seid ihr da. So. Oha. Erstmal ein Auto stehen. Okay. Oh ne. Oh, Sparrow. So. Den nehmen wir lieber hier. Hey. Hey, jetzt hab ich 10 Wobby-Dollar bekommen. Und mit 10 Wobby-Dollar kann man vieles anfangen. Eigentlich. Das kann nicht. Das ist jetzt egal. Das aller Rest tut. Das man mit Wobby-Dollar immer machen. Die 1.000. Ja. Ja. Würden Sie nicht einpauschen. Das ist jetzt einmal das Wichtigste. Und Leute. Diese Spielspiele das erste Mal. Ich war schon ein bisschen hier. Ich war schon gleich. Was ist das? Ja! Oh, jetzt habe ich 433 Dollar. Wir fahren mal in die Stadt und schauen, was kann in der Stadt so machen. Boah, später will ich auch unbedingt in den Stadt. Okay, ich werde jetzt. Ich werde jetzt meinen allerliebsten Taxi-Job machen. Nein, natürlich, wenn ich den. Okay, wie es ausschaut müssen wir zu den Menschen gehen und sie abhören. Ich werde irgendwo hinbringen. Das bedeutet die Zielgruppe. Wenn ihr nur drei Lives da lasst, werde ich nur eine zweite Folge machen. Und. Und. Geht nix. Geht nix. Oh. Geht nix. 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 Tipp nix. leute dass es sich nicht gesagt habe ladet euch das spiel herunter es ist es gibt ein Job womit man die Bank aufteilen muss dann können wir den später machen aber den hätte ich noch nicht gesehen weil ich bin ja nicht so frau und bis dann weiß ich dass die ich erst mal nicht verdieblich das spiel Warte, hallo. Warte, ein Nürze. um um uns und die stadt bin ich traurig oder nicht oder nun jetzt ich glaube das könnte sie nicht unser nächster auftritt sein und ja das was ich euch nicht gesagt habe bei diesem job kommt man viel geld und das geld muss man bekommen nicht in den worten dollern sondern in ganz normalen also ganz normal also das heißt man muss sie nicht eintauschen also jetzt werde ich oh mein Gott jetzt werde ich immer erst mal ein bisschen herumgehen und euch mal alles zeigen und so er ist mir leid im und mann es ist es ist ein Klinik und hier ist nun Ich will nicht mal auf die jetzt ein Haus dazu kommen. Ja. 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 Heute ne ich habe mir kein Adaüssel. Bitte da ist ein Helikopter was? Jo? Well, da ist ein Stab? Äh. Das ist es mich. Ahhh. Ihhh. Ist das mein Feder da? Nein, ich muss auch gleich noch da einen kommen. Krass, sehr. Mal schauen, was für krass. Boah, für 1300 Euro so ein riesiges Wummel. Das ist ja eine Option. Aber Leute, mal schauen, was ist hier? Ich krieg die Elektronik. Krass, hm. Hm, oh ne. Vielleicht kannst du mal die... Oh, ja, ja, ja. Ich kann sie klauen, ich trage sie klauen. Oh, oh. Kann sie wirklich? Mach ich aber nicht, ich bin kein... Ich bin kein Räuber. Oh, hier ist ein Wobney-Bürger. Fastfood. Oh. 994. Der einziger Gast. Bürgerjob. Ja. Das ist ja wohl der eigentlichste Bürgerjob. Wenn ich den nicht überkomme, dann, ja, dann bin ich so. Ja, ich glaub, das wird der Bürgerjob. Der Bürgerjob. Boah, er wird gekocht und... ja, ein normaler Bürgerjob. Dies ist... Pfff! Waaah! Der Bürger, der wird hier ein bisschen... Wasser machen. Oh, ein großen Bürger. Der hat sich nicht gesehen. Wir müssen die Menschen mit dem Dapen kommen. ...offen wir nicht gesehen. Da ist es so... Waaah! Dann kommen wir die Waaah! Da kommst die Waaah! 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 Und so kriegt man Gänsehle oder sowas. Nein! 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 Er frisst gleich einen Besen an! Jetzt denkt euch, wieso machst du dir so viel Sorgen? Ich glaube ich schon, dass ich dich... Nein! Manchmal nicht, ne? Ich sag dir, ich bang so ein Bier an, und wo kommt der ohne Patchy aus? Hey, ich glaube, dieser bleibt. Hä? Wow! Ganz süß! Wie? Wenn, wenn, wenn wir jetzt diesen einfach raus... Ah! Oh mein Gott! So! So! Oh! Ah! So schnell! Und jetzt noch mit Patchy! diese knöpfe sind manchmal so dumm ich brauche jetzt einen schönen bürger denkt nur 24 euro das ist so eigentlich richtig gut für zwei bürger gar nicht fertig gemacht kann man gleich werde ich auch nicht kommen wo soll ich denn jetzt meine 17 euro an so da da ich würde noch kurz einen kleinen rauf über reinmachen. Oh mein Gott! Dieses Auto-Rollings. Oh, hier, 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 hier. Was? Oh, hier, groß. Hm, Pizzer. Oh, hier, hier, hier. Hm? Hm? Okay, der Film war ja schnell. Hier, hier ist ein Rennfahrer. Wir haben hier mal so ein Rennfahrer. Ein Rennfahrer-Wettbewerb. Und ich möchte da unbedingt mitmachen. Ähm, was tut mir hier, wie mir jetzt der Leid freiwillige Feuerwehr? Hehehe, was ist das? Was ist das? Warte, ich bin ja schon. Was ist mir da? Toiletten. Whoa! Wah, der Zook! Und wenn du so mal weißt, deine Ernte zu überbringen. Und wenn du so mal weißt, deine Ernte zu überbringen, deine Ernte zu überbringen, deine Ernte zu überbringen, deine Ernte zu überbringen. Uhu, alles frei machen. Was ist das? Okay, jetzt machen wir irgend so ein Rennen. Okay. 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 Maybe. Okay. Okay. S&Y Ich weiß nicht, dass ich jetzt aber das nicht will. Da ist es nicht willkommen oder... ... oder? ... oder? Das ist glaube ich aber auch schon die nächste. Oh, die Buchtung! Boah, ich hab's nicht so! So ist es schon... Okay, ich will noch nicht, oder? Das hat viel Spaß! Okay, es könnte gut sein, dass ich in jedem Empfang auch untergebracht sein könnte, aber ne. Das ist schon... Ich bin jetzt kippig. Okay. Okay. Boah, wenn ich aber bei dieser Banzi-Wanisch. Okay. Boah, das kann grad nicht sein, dass ich gerade gegen den Stolz wieder vernehm bin. Ja. 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 Ja! Ja. Ja! 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 Das ist ja eigentlich eine Wache, die meine Hände und die Flüte, aber das ist es höchstens gedacht. Wenn man einen Job sehr schlecht macht, dann kann man höchstens, dann kann man wenigstens gedacht, dass man will. Und das ist nicht so. Wenn man Geld hat, kriegt man, wenn man zum Beispiel ein Auto oder so kriegt. Zum Beispiel, man ist der Taxifahrer, oh nein, das ist auch der Taxifahrer. Oh, wuhu!